Willkommen Freunde zurück bei Dead Effect 2, ich habe mich zwischenzeitlich ein wenig hochgeskillt, beziehungsweise habe noch ein paar ältere Levels gespielt, um meine Ausrüstung bei dem hier zu verbessern, die Implantate und so, und jetzt gucken wir mal, was die nette Dame, Danette, hier noch zu sagen hat. Unsere Position ist jetzt stabil. Wir können mit einigen komplizierten Aktionen starten. Willst du etwas Neues lernen? Fast, kleines Mädchen. Da können wir noch mal kurz gucken. Special Ability. Aber die waren eigentlich ganz gut, das lassen wir jetzt mal. Talk. Next Mission. It's time to visit Wagners Laboratory. Damn, what do we need there? Wagners Research Data. We need it badly. Wagners Death. Why the hell do we need stuff from that maniac Wagners for our survival? The Soldiers won't stop. They'll try to eliminate us. Ja, das stimmt. Wagners Research Data could give us an advantage. I'm sure Dr. Bielik will find some practical use for it. Der Bielik bitte. You got a plan for getting the data? We'll start with a fake fire alarm. That should keep any guards busy. I can't get any details about the security in Wagners lab. I guess it's gonna be tight as hell. Yes. You'll have to improvise. But you're good at that. Okay. Then we have to improvise, because she can't say anything further. No? But we're already going to do it. I hope I'm going to look for a little bit. Oh, that's bad. That's bad. That's bad. Inventory. Wait a minute. There's something else. I need it again. Who wants to play some target practice? Genau, genau, genau. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wenn nicht. Mei. Mei. Spielen wir es halt nochmal, ne? Ne. So, play single. Jawohl. Estimate. Oh, 19.000 kann man da kriegen. Okay. Auf geht's. Don't forget to sell unused old weapons. Ja, das haben wir schon alles gemacht. Chapter 9. Auf geht's. Oh, warning, 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 warning. Ich hasse es unter Zeitdruck zu arbeiten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Do not approach the damaged condolins. Voltage is over, safe limit. Don't touch it. It could burn you to ashes. This is weirder than usual. What is it? The Elora looks a lot like an unstabilized quantum teleport. There's a lot of energy bleeding out of it. Avoid it. It's definitely dangerous. I will touch it. I will touch it. Ja, ich begrüße jetzt. Hey, mach es nicht. Oh, wer ist es? Hey. Oh, oh, oh. What's that? Hey, der stirbt ja überhaupt nicht. Hä? Wie wär's, wenn du mal stirbst? Wahnsinn. Äh, äh, äh. Heck. So, letzter brauchen wir. Was ist das? Das da? Dann brauchen wir... Scheiße, scheiße. Wo ist es? Wo ist es? Das da? Dann brauchen wir... Das da? Das da? Okay. Also kaputt. Ich gehe aber erstmal da hoch. Mal schauen, was... Kann man da hoch? Nee, kann ich nicht mehr. Dann muss ich außen rum. So, habe ich da noch was übersehen? Habe ich da noch was übersehen? Ich schaue nochmal kurz. Oh, ich glaube nicht. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, wohin, wohin, wohin? Gehen wir mal außen rum. Oh, 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 oh. Woaaah. Die Kälte, das brauchen wir noch. So. Nochmal außen rum hier. Maschieren. So, da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Jawoll. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da liegt noch eine Taschendampe, brauchen wir nicht. Das lesen wir sowieso nicht, aber das können wir nachher mal lesen. Das ist kein Thema. Gut, was haben wir hier? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Fresse, das geht ja ab, hey! Oh 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 oh! Huh? Hüu-hü-hü-hü-hü-hü-hü. Leck mich doch, ey! Die läuft noch, die läuft noch! Wo läuft sie denn? Geil! Das gibt's ja nicht, hey! Ich bin an der Entrance zu dem Lab. Die Tür sind blockiert von irgendeinem Umfeld. Du musst es ausziehen! Oh, wirklich? Ich hätte das nicht gedacht. Auch immer, ich hasse dieses Ding da. Echt, wo... Ich hasse das. Da komme ich nie zurecht mit diesem Ding hier. Zwei habe ich nicht mehr, ne? Mensch, das muss ich doch hinbekommen. 56, minus 18, 48... Hab ich auch nicht. 44 und 12, oder? Ja... Die Daten sind auf einem Server in einer geschlossenen Umfeld. Der einzige physische Zugang ist via den Teleport. Du musst direkt in den Sanktum teleportieren. Was? Der Teleport? Das war nicht Teil des Planes. Sorry, wir müssen... Das ging ja jetzt schnell. 69% nur. Da frage ich mich immer, was habe ich mal übersehen, ne? Aber naja, gut. Vielleicht liegt es an dem hier, wenn ich alles Gold hätte, ja? Headshots, ja, okay. Continue. Was habe ich denn bekommen? 27.000, saugeil. Äh, Primary Ammo Box. Die Batterie ist nicht schlecht, ne? Ich nehme das. Geil. Geil, 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 geil. Das war mal ein rasantes, äh... Boom. Aber jetzt geht es ja noch weiter, ne? Shit, that was weird. I'm my puke. Oh, 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 oh. Oh, great! It worked! The Quantum teleported. The alien is totally sealed off from the rest of the ship. You'll have to... What can I look for? It takes forever. But I have no idea where it could be. You need... I'm afraid you'll have to use... I so didn't want to hear that. The teleport isn't working. I think I saw a movie about that. Okay, I'll kill him first. Geil, Geil! 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 Oh Gott. So geht es. Oh, oh, oh. Oh weg 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 weg. Oh, oh, oh. Lek mich doch am Arsch, ey. Oh, der will was, der will was. Irgendwas will der. Kommt los. Ah ja, da hinten. Aber ich schau mal, was ich hier noch habe. Oh, leck mich am Arsch. Ach so. Boah, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das ist ja richtig abargige Scheiße hier. Ah ja, da haben wir noch was. Schau. Oh, nicht so bitte. Oh, komm. Oh, komm. Sehr gut, sehr gut. Nehmil. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, nein. Du bleibst liegen Bleib liegen Oh man So macht man das Das war der letzte von ihnen Der Teleport hat aktiviert Lädt mich am Arsch Warte mal dann schau ich nochmal Das geht ja ab hier Das ist ja Wahnsinn Halt Ammo voll Dann muss es doch jetzt aufsammeln oder? Ne War jetzt nichts mehr? War War I hate these teleports Try it One more teleport And I'm gonna barf in my helmet And I'm not gonna clean that up It looks clear here Warning Unauthorized access to the secure core Find the data terminal quickly Und 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 Teleport 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 Das war's für heute. Oh weh, oh weh. Oh, was ist denn aufmerksam? Oh, ne, 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 4000 Sprint. Aber ich muss ja was machen. Das war's für uns. Oh, was ist denn hier? 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 Scheiße, 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 mein ganzes Geld weg jetzt. Da blickst du ja überhaupt nicht durch, wer kommt denn da zuerst, wo kommt wer, wieso, 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 warum? Kommt schon wieder so ein Dreckskirch? Oh, schau mal, schau mal! Ja, wofür hält'n wir auch? Stürb' halt endlich, das gibt's doch nicht, hey. Was ist das? Du hast 5 Drohnen, muss ich jetzt bekennen. Das geht auch voll. Wie soll denn das gehen? Können wir mal einer sagen, wie ich das machen soll? Ich verliere mein ganzes Geld. Das ist ja wohl ein Witz. Boah, leck mich doch einmal! Jawohl. Wack. 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 Das ist doch verrückt, ey. Das ist doch verrückt, ey. So eine Scheiße. Das ist doch verrückt, wie soll ich das machen, ey. Das geht ja gar nicht. Die stirbt ja nicht, die Scheiß Drohne. Das gibt es doch nicht. Jetzt bräuchte ich halt eine andere Waffe. Ich kann mich nicht aufladen. Das leck mich doch am Arsch. Ist das eine Kacke, ey. Schaut euch das mal an mit der Dreckswaffe hier, ey. Wenn man das wüsst, ne. Dass man so eine Scheiß Drohne besiegen muss, ey. Wie soll das gehen? Ich bin der Dreckswaffe. Spannende Musik Ach net schon wieder so 5 so Dinger da jetzt. Ach nee, komm. Ach nee, komm. Das gibt's doch net, ey. Das ist doch noch net der Endboss. Ey, was war denn das? Das war ja wohl voll fies, ey. Das war ja wohl. Scheiße. Boah, ich hoffe, ich erwischt das noch. Ich hoffe, ich überlebe es noch. Leute, bangt mit, bangt mit. Ich muss es überstehen. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Aber ich brauche, ich brauche, äh, ja, leck mich doch. Wo ist denn Munition? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh, ja, 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 bitte, bitte. Oh, leck mich doch am Arsch, ist das heftig. Ich habe so viel Geld verloren, aber gut, ich habe es geschafft. Heftig. Ach, leck mich doch am Arsch mit dem Scheißding hier, echt, war 34 und, ja, was haben wir jetzt hier, 29 haben wir nicht, 22 und 7 haben wir auch nicht, 19 und 10, 10 haben wir auch nicht. Ach, das ist scheiße. Äh, 45, 45, so, äh, 13 und 32 werden nicht schlecht, haben wir nicht. 42 und 43 geht auch nicht, 14, haben wir irgendwo 14, ne, haben wir nicht. Äh, 34 und 11 haben wir nicht, 17, das ist dann 28. 32, 13, ähm, ähm, 4, ne, 14 haben wir auch nicht, 16, was haben wir mit 16, 29 haben wir auch nicht. Ach, das hasse ich, das hasse ich, echt, boah, 28 haben wir auch nicht, aber 22 und 6 haben wir auch nicht. Äh, 19 und 16 und 12 haben wir auch nicht. Ach, Mensch, ich bin doch total schlecht drin, ey, total schlecht, aber das kriegen wir schon hin. 17, das wären 35 und 28, haut nicht hin. 31 und 14 haben wir auch nicht. 10 sind 35, haben wir auch nicht. 24 sind 31, haben wir auch nicht. 19 sind praktisch 35, äh, äh, 26 haben wir auch nicht. 32 und 13 haben wir auch nicht. 18, 30 und 15. 38 und 7 haben wir auch nicht. 19 und 24 haben wir auch nicht. Ach, Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, das kann doch nicht so schwer sein. 17 und 24, was ist das, 4? Haben wir auch nicht. 18 und 3 haben wir auch nicht. Oh, Mann. 11 haben wir auch nicht. 8 und 3 haben wir auch nicht. Ähm, ja. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, ich komm nicht drauf. Ich komm einfach nicht drauf. Ich kann nicht zusammenrechnen. Na echt, boah. Was ist das? 6? Nee. 41 und 4 haben wir auch nicht. 31 und 19. Das wären 40, das wären 50. 22. Und 19. Wären 20. Sind 40. Passt auch nicht. 16. Und 22 sind 20. 28. 38. Und 8 sind 47. 17. 37, 39, 6, 24 und 19, es sind 34, es sind alle 40, passt auch nicht, das sind 34, 11 haben wir auch nicht. Boah, bin ich schlecht, bin ich schlecht in sowas. Weg, ich habe jetzt keinen Taschenrechner, ich habe wieder keinen Taschenrechner, das nervt mich so sehr. Entschuldigt, dass ich das so lange nicht hinbekomme, aber das ist echt ätzend, das nervt mich jetzt selber. Hey, 43 und zwei haben wir nicht, 24, es sind 46, die zwei. Scheiße, echt, 31, da bräuchte ich 14, das haut nicht hin, 10 und 4 haben wir nicht. Mit 24, 34, 40, 5 habe ich auch nicht. 18, 2, 30, 13 haben wir auch nicht. 22 brauche ich nur 23, haben wir ja auch nicht. 38 brauche ich 7, haben wir nicht. Weil ich müsste irgendwie auf 8er 20 kommen, auf 28, aber wie komme ich auf 8er 20? Die zwar sind 9er 20, 7er 20, 16 und 8 sind 4er 20. 4er 20 und 8 sind 30, sind 7er 40, das haut Arnety 19, 6er 20. Ah! Ach, Gott sei Dank. Ich sage es nicht so laut, ich sage es nicht so laut. Eine andere Drohne brauche ich jetzt nicht. So viel Kohle verschenkt, so viel Kohle verschenkt, aber naja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich denke, die Folge ist damit lang genug, sie dauert 46 Minuten bis jetzt. Von daher, ähm... Hey, kannst du mich hören? Oh! Was war das? Schaltcircuit in der Quanten-Teleport. Und wo bin ich? Scanner platzt euch 5 Flüge unter Wagners Laboratoren. Nicht fragen mich, warum. Pistole. Ich muss es machen. Deine Pistole sind noch nicht da. Du bist glücklich, dass du keine Körperverlösen missst. Gut, Freunde, nachdem die Folge schon 46 oder fast 47 Minuten ist, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, ich mache den Rest in der nächsten Folge und eine andere Mission. Ist nicht so schlimm, aber vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also, bis dann. Ciao!